Wir haben verschiedene Teilnehmer, drei Vorträge in Deutsch, einen Vortrag in Englisch, verschiedene Assetklassen, verschiedene Anlagestrategien, weg von dem rein passiven Investmentansatz hin zu einem aktiven. Ich habe die Ehre, als Ersten aus München weite Anreise zu begrüßen mit dem Herrn Hünseler, der heute von Asenagon einen Creditfonds präsentieren wird. Herzlich willkommen. Schön, dass ich heute hier sein darf und Ihnen etwas über unsere Strategien erzählen darf, insbesondere im Bereich Fixed Income. Ich selbst, Michael Hünseler ist mein Name, ich bin bei Asenagon seit 2012, bin dort zuständig für den Geschäftsbereich Fixed Income. Wir verstehen auch Credit darunter und ich dachte sozusagen, wir haben einen Fonds, der mittlerweile fast fünf Jahre Track Record hat, perfekt aus unserer Sicht in die aktuelle Phase passt, aber die geldpolitischen Richtungswechsel kündigen sich an. Ich weiß, für manche ist das so ein bisschen wie Liebe in Zeiten der Cholera. Geldpolitik ist ja, wenn man so will, mit steigenden Zinsen so etwas wie Cholera, aber wir sind der Meinung, da gibt es durchaus auch Möglichkeiten, das Ganze konstruktiv und ertragreich zu gestalten und ich würde Ihnen gerne zeigen, wie das funktioniert. Wobei ich hier sprechen möchte, ist der Asenagon Credit Selection, den Fonds haben wir aufgelegt gehabt in 2013. Wir haben hier einen Fonds, der sozusagen analog zu Unternehmenskrediten in Unternehmensanleihen und Kreditderivate investiert und all anderen Risiken absichert, also insbesondere zum Beispiel Zinsrisiken, aber auch Währungsrisiken. Ähnlich wie eine Bank das macht, haben wir sogenannte degressive Emittentenlimite, das heißt mit abnehmendem Rating oder schlechterer Bonität halten wir entsprechend weniger am Fonds, Untergrenze ist ein einfach B-. Wir haben gleichzeitig auch ein Kreditportfolio-Modell, wo wir Abhängigkeitsstrukturen entsprechend bewerten. Das alles, um frei zu sein in der Auswahl und nicht einer Benchmark folgen zu müssen. Ertragsziel 350 Basispunkte, ich weiß, das steht ja meistens bei der Anlageentscheidung im Vordergrund. Wie haben wir da uns gehalten? Man kann das hier sehen, wir haben auf der einen Seite den sogenannten Carry, das heißt, sprich das, was wir über die Assets, die wir erwerben, verdienen und das ist der grau schraffierte Bereich. Sie sehen, da sind wir tatsächlich auch mit den Einnahmen entsprechend dieser 350 Basispunkte Marke stetig hochgewandert. Wir haben auf der anderen Seite entsprechend, das ist ein Publikumsfonds, das heißt, wir können jederzeit Anteile erwerben und auch zurückgeben. Unter dem Strich bedeutet das die Marktpreisveränderung, sprich Kreditrisikoprämienveränderung am Markt, haben wir entsprechend zusätzlichen Ertrag oder auch gegebenenfalls auch negative Effekte auf die Kurse. Das sehen Sie auf der einen Seite, angefangen haben wir 2013, Tapering, damals Amerika. Wir sind dann aber relativ schnell auch über diese Carry-Marke gelaufen, 2015, 16, herber Einbruch aufgrund der Spread-Ausweitung, die wir damals gesehen haben, aus unserer Sicht fast so eine Art bei uns eine Lifetime-Situation und dann aber sehr, sehr schnell wieder der Auffüllungseffekt. Wir haben keine Stress-Assets, wir haben auch keinen For Sale. Insofern war das, wenn man so will, auch in gewisser Weise etwas abwarten, bis die Dinge sich normalisieren. Ja, wir haben heute eine Situation, das ist nicht unbekannt, die Erträge von Unternehmensanleihen sind ja eigentlich mehr oder weniger ausschließlich noch die Kreditrisikoprämien, weil die Basisverzinsung ist ja nahe Null, teilweise auch unter Null. Also insofern ist das, was wir abschöpfen, ist sozusagen auch die einzige Ertragsquelle, die geblieben ist und das ist natürlich für Sie, Titel der Präsentation sagt es ja schon, ganz wichtig, wie verhalten wir uns denn beispielsweise bei steigenden Zinsen? Hier eine Grafik, die Ihnen zeigen soll, an solchen Tagen, wo sich die Zähne in Bundesrenditen von einem Tag auf den anderen um fünf Basispunkte nach oben verändern, wie reagiert der Fonds da drauf? Und dann sehen Sie entsprechend die orangefarbenen Ausschläge, das ist die Tages-P&L in unserem Fonds an solchen Tagen. Und was man hier schön sehen kann, ist, mit wenigen Ausnahmen haben wir weit überwiegend an solchen Tagen einen positiven Ertrag. Das kommt natürlich aus den Sicherungsgeschäften, wir verswappen, also sprich wir tauschen feste Zinszahlungen in Variable und dadurch entsteht natürlich solcher ein Effekt, was in einem Fix-Income-Portfolio auch in gewisser Weise ein ausgleichendes Element sein kann, weil Sie wissen, wenn Staatsanleihen unter Druck geraten, dann wird üblicherweise auch das gesamte Fix-Income-Basis-Portfolio eine entsprechende Wertentwicklung zeigen. Und hier, wir haben auf der anderen Seite das sogenannte Drawdown-Schema. Bei dem Drawdown-Schema sehen Sie, dass auch in solchen Phasen, wo die Zinsen deutlich steigen, wir mehr oder weniger keine Auswirkungen haben. Das liegt in der Natur der Sache. Wie gesagt, die Sicherungsgeschäfte sollen das ja verhindern. Das ist auch kein Overlay, das ist maßgeschneidert, also auch keine Effekte aus Kurvenveränderungen, egal ob das Kurzende steigt, das lange runtergeht. Es ist vollkommen wurscht, was die Zinsen machen. Die einzige Ausnahme ist, steigt das Kurzende, haben wir eine höhere Basisverzinsung. Also in gewisser Weise profitieren Sie sozusagen auch davon, dass die Zinsen steigen, weil die Basisverzinsung Euribor ist und da bekommen Sie dann mehr fürs Geld. Ja, die Spreads, unsere einzige Einnahmequelle. Wir wissen, die Spreads sind jetzt nicht wahnsinnig attraktiv, da mache ich gar keinen Hehl draus. Was oftmals herangezogen wird, ist historisch, sind die Spreads niedrig. Ist es überhaupt noch die richtige Zeit? Und wenn die EZB sozusagen auch aufhört, Unternehmensanleihen zu kaufen, ist das nicht genau der Zeitpunkt sozusagen hier lieber mal sozusagen sich aus dem Markt zu verabschieden. Das kommt ein bisschen darauf an. Also die Betrachtung sozusagen, im historischen Vergleich, sollte ja nicht sozusagen eine Risikobetrachtung erfolgen. Also die Prämie, die Sie bekommen, ist ja eine Entschädigung für das fundamentale Ausfallrisiko und da muss man fairerweise sagen, das ist schon relativ niedrig. Der Kreditzyklus ist verlängert. Wir haben ein internes Ratingmodell, das auch indirekt von der Aussicht validiert worden ist, mit dem wir entsprechend auch unabhängig sind von externen Ratinganbietern und Mifid steht vor der Tür, auch von externen Research. Das ist eine kleine Anzahl von Unternehmen, 150 insgesamt, die wir analysieren. Aber das Schöne an der Geschichte ist, die kennen wir auch dann ganz gut. Ja, kurzum, können wir den Erfolg nachweisen? Ja, können wir schon. Das hier kurz erläutert, sogenannter Rating Drift, das ist der verlierende Durchschnitt von Upgrades und Downgrades. In Zahlen gesagt, haben wir 70 Heraufstufen, mittlerweile sind es auch 76 im Vergleich zu den 26 Heraufstufungen und dort benchmarken wir uns auch. Weil wir frei sind in der Auswahl, sind wir nicht benchmarkorientiert, aber hier möchten wir schon ganz gerne sehen, wie vergleicht sich denn das zum marktbreiten Durchschnitt, sprich zu dem, was die Ratingagenturen hoch oder runter stufen und da sehen Sie, wir haben es geschafft, über die Zeit hinweg kontinuierlich mehr Upgrades zu haben als Downgrades. Gleichzeitig der gesamte Markt war dann teilweise auch schon deutlich negativ gewesen. Warum ist das so? Wir raten ja nicht durch den Zyklus. Ja, wir haben sozusagen quartalsweise neue Informationen, die wir einfließen lassen können und sehr schnell darauf reagieren und wissen üblicherweise auch recht kurzfristig oder antizipieren auch, was der nächste Schritt der Ratingagenturen sein könnte. Das ist ohne Zweifel performancewirksam. Gleichzeitig, auch hier oftmals der Gedanke, wenn die Spreads niedrig sind, um die 350 Behaltspunkte, die derzeit zugegebenermaßen kaum zu erreichen sind, trotzdem zu erzielen, gehen wir dann sozusagen in die unteren Ratingkategorien rein. Machen wir nichts. Sie sehen hier das durchschnittliche Profil, das ist ein sogenannter Crossover-Fonds. Das heißt, wir investieren bevorzugt in Dreifach-B- und Doppel-B-Namen und Sie sehen, das durchschnittliche Ratingprofil war sehr konstant über die Zeit, mit einer Ausnahme, wo wir kurzfristig sogar mal etwas bessere durchschnittliche Ratings hatten. Das heißt, wir verbessern sozusagen nicht in der Suche Nachrendite, die Kreditrisikoqualität in unserem Portfolio. Im Gegenteil, die steigt sukzessive sogar einfach durch die Rating-Upgrades an. Kurz gesagt, ich habe es vorher angesprochen, Ausfallraten historisch niedrig. Sie sehen in Amerika vor kurzem diesen Anstieg, das war ölpreisbedingt. Die Unternehmen, die es nicht geschafft haben, sind aus dem Markt ausgeschieden. Das heißt, Sie sehen sozusagen sogenannte Survivor-Bias, die übrig geblieben sind. Dort hat sich die Situation normalisiert und wir glauben, dass auch in den nächsten Monaten auf absehbare Zeit auch nicht mit einem sprunghaften Anstieg der Insolvenzen zu rechnen ist, es sei denn bedingt durch einen externen Schock, der naturgemäß entsprechend schwer vorherzusagen ist. Also unterm Strich niedrige Spreads, niedrige Auswahlraten macht das Ganze attraktiver, als es auf den ersten Blick ausschaut. Für uns die Auswahl ist wichtig, aber wir haben anders als einen Short-Duration-Fonds, wo Sie üblicherweise auch wenig Zinsrisiko haben, haben wir den Vorteil, dass wir eine lange Kreditduration haben. Das heißt, unterm Strich, Sie profitieren, das sehen Sie ja auf der linken Seite, von dem Laufzeitverfall. Man könnte auch sagen, Sie kaufen heute ein Asset und haben eine Zeitwertprämie, wenn Sie nach ein oder zwei Jahren zurückkommen, haben Sie die laufenden Coupon-Einnahmen plus eine Spread-Verringerung, dadurch, dass für kürzere Laufzeiten weniger Risikoprämie bezahlt wird, als für längere Laufzeiten. Das ist nicht unwesentlich. Also gerade auch die Frage, wie kommen wir auf 350 Basispunkte? Allein dieser sogenannte Rolldown-Effekt, Sie kennen das von Anleihen, zum Laufzeitende laufen die auf Paar zurück, wenn sie nicht ausfallen, ist klar. Und hier zwischen fünf und sieben Jahre ist die Kurve ausgesprochen steil. Das heißt, allein die Nutzung dieses Laufzeitverfall-Effekts macht ungefähr 1,2% laufenden Carry aus oder zusätzlich zum Carry dazu, was natürlich zugegebenermaßen derzeit nicht unwesentlich ist, wenn Sie einfach sozusagen Performance über die Zeit hinweg zuverdienen können. Wir können das Ganze mehrfach nutzen, indem wir an der Zeit dann entsprechend kürzer laufende Assets wieder durch länger laufende tauschen. Wir haben hier ein anderes Beispiel, warum sich Kreditderivate derzeit lohnen. Sie wissen, die EZB hat den Markt mehr oder weniger leer gekauft. Das heißt, Anleihen haben üblicherweise im Vergleich zu Kreditderivaten niedrigere Spreads. Wir nutzen das, indem wir entsprechend, Sie sehen, dass Sie unten für einen Kreditderivat auf Fiat insgesamt ein Drittel mehr Spread bekommen. Auch das ist nicht unwesentlich. Sie verwässern auch die Kreditqualität nicht. Sie suchen sozusagen einfach für ein gegebenes Risiko den optimalen Wettbewerb. Gleiches ist möglich auch, Sie wissen, wir sichern Zins- und Währungsrisiken ab. Wenn wir nicht nur das Zinsrisiko über einen Swap in Variabel tauschen, dann können wir auch gleichzeitig beispielsweise eine Fundanleihe in einen Euro-Floater sozusagen tauschen. Auch das bietet Möglichkeiten. Der Fundmarkt war teilweise auch sehr belastet gewesen durch den Brexit. Wenn Sie beispielsweise für denselben Kredit, für dieselbe Adresse, für dieselbe Laufzeit, für dieselbe Anleiheausgestaltung, nach Hedge in Euro mehr Geld bekommen, ist schwer zu erklären, warum man das nicht nutzen sollte. Sie wissen, das war früher auch ein Geschäft der Banken gewesen. Das auszuabitrieren ist etwas kapitalintensiv geworden. Insofern bleibt dann auch mehr für solche Anleger wie uns übrig. Und wenn Sie in unseren Fonds investieren, entsprechend auch für Sie. Unter dem Strich waren das die wichtigsten Merkmale. Ich denke, ich bin in der Zeit geblieben und freue mich selbstverständlich, wenn ich Ihnen noch Fragen beantworten kann und stehe auch gerne im Nachgang noch für Gespräche zur Verfügung. Ja, heute geht es um wertorientiertes Investieren. In der Folge hören wir da auch noch was von anderer Seite, wenn ich das richtig gesehen habe bei meinen Kollegen, wertorientiertes Investieren im Sinne eines Value-Gedankens und das auch möglichst unabhängig zu tun. Denn Sie wissen, wir haben ja das eben schon gehört, Anlagenotstand, niedrige Zinsen und auch mittlerweile doch sehr gut gelaufene Aktienmärkte verlangen ja nach einer Idee und sie wollen ja am liebsten doch Absolute Return generieren mit doch einer ordentlichen Rendite, aber das dann eben nicht mit einer Volatilität von 15 oder 20 Prozent. Darum geht es. Pico Capital ist eine Gesellschaft, die nicht ohne andere Gesellschaften auskommt. Der Riedl hat es schon erwähnt, wir arbeiten mit der Baader Bank zusammen. Wir haben seit November auch eine Kooperation mit Morgan Stanley und das ist ganz wichtig, denn es geht auch hier um ein Long-Short-Konzept. Und wissend um die Tatsache, dass das letzte Jahr ein sehr schwieriges Jahr war für Long-Short-Fonds, fast alle Fonds haben im Negativen abgeschlossen, ist es mir wichtig, hier nochmal die Unterschiede herauszubringen. Also die Pico Capital gemeinsam mit den Partnern managt zwei Fonds und da geht es nur um Nebenwerte. Wir steuern nicht die Aktienquote, wir machen kein Hin und Her, wir haben keine Ahnung von Blutschips, wir haben auch keine Renten, wir machen keine Rohstoffe, keine Währungsspekulationen, es geht nur um Nebenwerte. Und jetzt gibt es zwei Anlegerprofile. Der Anleger, der ruhiger schlafen will, der also weniger sogenannten Drawdown haben möchte, in dem Fall sind das 14 Prozent, im schlimmsten Fall, der orientiert sich an einem Long-Short-Konzept und der Anleger, der langfristig weiß, naja, ich habe eine Aktienquote und wenn ich auch durchhalten kann mental, dann ist das natürlich vernünftig, eine Aktienquote zu halten und dann mache ich doch bitte nicht Blutschips oder ETFs, sondern die Evidenz ist sehr stark, dass eben Nebenwerte einen deutlichen Mehrwert liefern. Das sind die beiden unterschiedlichen Ansätze. Und ganz kurz zu Nebenwerten, denn es gibt leider immer noch sehr viele Vorurteile, wenn es um Nebenwerte geht. Nebenwerte sind auch von unabhängiger Seite mehrheitlich, da ist nachgewiesen worden hier von Professor Ebertsen, dass Nebenwerte, und das ist eine rein passive Betrachtung, ohne dass Alpha des Managers Blutschips um zwei Prozent pro Jahr schlagen. Und der Professor Ebertsen hat das mal seit 1925 gerechnet, da ist die Weltwirtschaftskrise drin und andere Krisen. Das ist erheblich, was über Zeit für einen Mehrwert entsteht, wenn man pro Jahr zwei Prozent Zusatzertrag generiert. Wir wären ja alle froh, wenn wir mit irgendeinem Investment aktuell zwei Prozent überhaupt relativ sicher generieren. Und der Grund darin liegt, dass wenn Sie auch einen guten Manager selektieren, dass Nebenwerte wesentlich weniger stark von Blutschip-Faktoren abhängen, also von makroökonomischen Dingen. Was der Draghi tut, was in China passiert oder was der Herr Trump tut oder Brexit, ja oder nein. Aktienkurse von Nebenwerten über Zeit werden relativ wenig von diesen Faktoren beeinflusst. 70 Prozent sind eher davon beeinflusst, wie der Manager vorgeht, weil das Unternehmen kleiner ist, weil es natürlich darauf ankommt, dass der Manager seine Produkte voranbringt. Und das Thema früh dabei sein, Early-Bird-Investment, das ist auch ein Grund, warum wir es geschafft haben, über alle Indizes eine überdurchschnittliche Performance zu generieren und auch über viele Mitbewerber hinweg, dass Nebenwerte, wenn sie noch relativ klein sind, unentdeckt sind. Viele Broker, ich nenne ruhig mal auch die Baader Bank, die zwar schon sehr viel abdeckt, aber wenn sie noch kleiner gehen und wenn sie außerhalb Deutschlands schauen, dann sind Nebenwerte teilweise gar nicht bekannt. Viele kennen das Unternehmen gar nicht, obwohl das Unternehmen keine Schulden hat, 15 Prozent Becks pro Jahr, in Familienhand ist und sie sich fragen, wie kann das sein. Und da komme ich jetzt mal mit einem Beispiel, was das ganz gut beschreibt, denn in aller Munde sind ja mittlerweile auch sehr stark Technologiefonds, die sehr gut performen, auch weil der Manager gut ist und gut selektiert, aber eben auch deshalb, weil es eine Blase ist aus unserer Sicht. Es geht hier um ein ganz traditionelles Unternehmen und ich gebe Ihnen einfach mal hier so zwei Produktbeispiele. Das ist ein Core-Cash-Steller und ich nehme es vorweg, das Unternehmen ist einer der besten Performer in unserem Fonds, den wir in diesem Fall hier mit der Universal Investment managen seit dreieinhalb Jahren. Wir haben das Unternehmen 2015 getroffen, weil wir auch quantitativ vorgehen, weil wir natürlich auch nicht die 4.000 Werte, die es so in Europa gibt, kennen können. Sie müssen also schauen, mithilfe eines Kennzahlenfilters, was gibt es überhaupt für Werte und wo lohnt es sich genauer hinzuschauen. Wir haben uns dann die Produktion vor Ort angeschaut, ein Unternehmen aus Portugal, was aus der Ernte der Kork-Eichenrinde Korkstopfen für Weine herstellt. Und es war damals nicht bekannt, keiner der großen Fondsgesellschaften kannte das Unternehmen und bis heute hat auch kaum eines der sehr großen Fondsgesellschaften das Unternehmen, weil die Unternehmen von der Fondsgröße viel zu groß sind, um überhaupt hier investieren zu können. Das Unternehmen hat einen Weltmarktanteil von 35 Prozent und nein, das ist kein Tippfehler, die produzieren pro Jahr 4 Milliarden Weinkorken. Jetzt fragen Sie sich, ja gut, Weinkorken, Kork ist schwierig, es gibt ja viele, beim Riesling gibt es die Schraubverschlüsse, Glas etc., die haben darauf reagiert, wenn Sie sehen und das weitergeben, sehen Sie auch nicht nur den reinen echten Kork, sondern auch Kork aus Granulat, also aus diesen Resten der Korkrinde haben Sie ein Granulat hergestellt, verklebt und können dann mit einem Korken produzieren, der auch nur 4 Cent kostet, wie das ein Silikonkorken, wie das bei einem Silikonkorken oder bei einem Schraubverschlusskorken der Fall ist. Also diese Situation, stabiles Geschäftsmodell, sehr innovativ, hat dazu geführt, dass das Unternehmen sich am Ende so entwickelt hat und dann investieren Sie als Fondsmanager hier im September 2015 und obwohl das jetzt nach rechts gut aussieht, fragen Sie sich, so Mist, was ist eigentlich passiert, warum habe ich das Unternehmen bei 3 Euro nicht gesehen? So ist es dann aber oftmals und Sie sehen im Verlauf jetzt seit zwei Jahren, dass der DAX auch eine ordentliche Entwicklung gebracht hat, etwa 20 Prozent, dass Sie aber mit einem Unternehmen, mit der Nähe zum Unternehmen und mit der Analyse eine enorme Performance generieren, das ist das Entscheidende und das ist das Entscheidende auch bei unseren Fonds, dass wir eine Rendite über Marktniveau generieren, weil wir früh hinschauen und weil wir ein Unternehmen im Value-Gedanken haben wollen, was auch Kapitalrenditen generiert, also was nachhaltig Margen generiert. Die Marge ist hier gesteigert worden auf 20 Prozent, das ist kaum vorstellbar bei so einem klassischen Unternehmen eigentlich und der Return on Capital Employed, eine ganz wichtige Kennzahl für einen Value-Investor liegt oberhalb von 20 Prozent und das ist sehr stabil. Um den Fonds geht es jetzt in dem einen Fall, das ist ein Long-Only-Fonds, ich hatte eben den Long-Shot-Fonds kurz angerissen, vorweg kurz hier nur der Long-Only-Fonds, den wir mit der Ampega aus Köln hier lanciert haben vor einiger Zeit, hat sich aus diesem Grund sehr gut entwickelt. Wir haben viele andere Produkte, viele andere Aktien selektieren können, die sich gut entwickelt haben und Sie sehen, dass wir hier mit dem Auftrag über den Indizes einen Mehrwert zu liefern und vor allen Dingen auch dann bitte über einem Euro-Stocks-Small-Index, das ist die grau gestrichelte Linie, einen Mehrwert zu erzielen, dass uns das gelungen ist. Wir sind unter den Top-5-Fonds seit Auflage des Fonds mit etwa 46 Prozent und in diesem Jahr ist die Wertentwicklung auch ganz ordentlich mit 20 Prozent und ich habe bewusst einige Mitbewerber dort mal reingeschrieben, weil die nun auch eben in aller Munde sind und weil die in der Regel auch mit Nebenwerten agieren, wie Frankfurter Aktienfonds, Lupus Alpha oder Squat. Die Struktur dieses Fonds sieht so aus, dass wir nicht zu konzentriert sein wollen, aber auch nicht zu diversifiziert sein wollen, 60 Titel. Ich überspringe das jetzt mal angesichts der knappen Zeit. Wichtig ist mir, dass wir ein besonderes Merkmal haben im Vergleich sicherlich auch zu anderen Mitbewerbern durch unseren Value-Investing-Ansatz sehr starke Bewertungsfokussierung. Das KGV im Portfolio liegt bei 11,5 aktuell, während der Stocks beim 15er KGV liegt, der S-DAX bei einem 19er KGV und der Tech-DAX bei einem 30er KGV. Sie können sich ja mal selber überlegen, welche Strategie vielleicht nach vorne hin sinnvoller sein könnte, wenn Sie ein Stück weit an Bewertung glauben. Also die Idee oder die Diskussion um Nebenwerte, sie seien nun mittlerweile teuer, trifft uns hier nicht, weil wir regelmäßig, quartalsweise immer wieder versuchen, die günstigen Werte zu identifizieren. Jetzt kommen wir zu einem Short-Beispiel und dann auch zu dem Long-Short-Fonds, wo wir die Unterstützung hier von der Baader Bank haben und das ist ein schönes Beispiel mit den Semmerbrüdern, der hat unsäglich, das ist jetzt auf der Tonspur von mir persönlich, der hat unsäglich mit Investoren umgehen und auch Falschaussagen treffen, Dinge, die sie mal genannt haben, nicht einhalten, dass es eigentlich aus meiner Sicht nur ein Unternehmen ist, um sich selber salopp formuliert die Taschen voll zu machen. Das Unternehmen hat alle Erwartungen nicht erfüllt, verbrennt bis heute Geld und die sogenannten Proven Winners, darunter das letzte IPO, Delivery Hero, haben immer noch sehr, sehr viele Millionen verbrannt an Geld und so ist es dann ganz schön gewesen, als das Unternehmen im Oktober 2014 an die Börse kam. Wir haben uns das genau angeschaut, sind dann bei 45 Euro Short gegangen und auch da läuft es oft immer blöd, das läuft gegen sie, 20 Prozent, deswegen sind die Gewichte im Fonds nicht zu hoch. Es geht natürlich nicht immer gut und deswegen muss man durchhalten. Das Ergebnis ist aber, die Aktie hat deutlich korrigiert. Kinewick, ein Partnerinvestor, ist ausgestiegen. Das Unternehmen musste neues Geld beschaffen und am Ende hat die Aktie mehr als 55 Prozent verloren. Das bedeutet hier im Long Short Fonds für sie ein Kurs plus von 55 Prozent. Und das ist das Ergebnis. Ich habe bewusst das Jahr 2016 jetzt mal herausgehoben, weil das für Long Short Manager ein sehr schwieriges Jahr war. Was unterscheidet uns hier? Wir haben aus folgenden Gründen den ersten Platz belegt, nach Citywire und Morningstar Angaben und vor allen Dingen auch diesen Award bekommen, weil wir eben Stockpicking betreiben. Die Aktienquote ist immer niedrig, immer 20 Prozent. Wir wetten nicht auf Sektoren, das ist alles sogenannt Bottom-up. Die Wohler ist bei 7 Prozent und wir versuchen nicht, den Markt zu timen. Das ist eine ganz ruhige Veranstaltung. Teilweise passiert dem Fonds über Wochen gar nichts. Die Struktur abschließend und das auch nur das Bewertungsgefälle genannt, auf der Long Seite 11,5er KGVs auch und auf der Short Seite, ja es gibt Unternehmen, die haben 30er KGVs und die haben wir im Portfolio und nur die haben wir im Portfolio und die 95 Prozent der 4.000 Aktien in Europa, die irgendwo dazwischen bewertet sind, die interessieren uns nicht. Das können Sie sich im Nachgang nochmal anschauen in der Unterlage, wie wir den Investmentprozess gestaltet haben. Wichtig ist der Peacock Opportunity Filter, der seit über 10 Jahren im Einsatz ist, auch in den Tätigkeiten vor Peacock Capital, wo ich Fondsmanager war für verschiedene Fondsgesellschaften. Das ist also eine bewährte Veranstaltung und funktioniert ganz ordentlich und damit wäre ich am Ende meiner Ausführung. Vielen Dank. Applaus Good morning. I hope you can hear me. I guess I should start to apologize that I can't do this in German. My school German is not good enough. The alternative we can go for is Swedish, but I think that's not going to work either. So I think we settle with the second best, I guess English. To start with, I am one of the co-heads of a LS product, which is a market-neutral multi-manager platform that's been run by GLG really since 2000. This product has gone through many, many evolutions. I joined the product last year in August. This product has gone through so many evolutions, but we're now embarking on the hope for the last evolution, although we want to be flexible and making sure that we're always staying on top and preserving our edge. So the key sort of focuses of what we're trying to deliver is we want to run a multi-manager platform, a very diverse multi-manager platform that is market-neutral, that seek to provide very high level of risk-adjusted return, but at the same time deliver very close to zero correlation to the market as the equity market, but also to other asset classes. So this is sort of a complementary product to most of the investments you probably currently carry. We do this by basically employing many managers with a speciality in general across sectors, but could also be across markets. And we're trying to really generate alpha here. The second point of this is that given that we're trying to sort of deliver alpha, we need to have a very rigorous risk management process. Any investment decision involves a decision of taking risk across factors as well as across alphas. For example, I usually use a UK good example. If you buy Vodafone, you will ultimately take a bet on size. You will take a bet on telecom. You will take a bet on the UK, but you will take a bet on Vodafone. The bet we really want to take and the edge that we really have is to understand whether Vodafone is going to generate relatively better value than other companies in that sector. So what we're trying to do and accomplish is to make sure that we're ultimately trying to mitigate the systemic bets associated with that decision. So we're trying to hedge out the UK bet. We don't want to have a view on the UK, nor do we think we have an edge in taking that bet. We don't necessarily want to take an active view on telecom because we don't think we have necessarily an edge in taking that either. Nor do we think we have an edge in betting on the size component. The platform is highly collaborative. We want to make sure that PMs on the platform are challenged by other PMs. Now, the PMs on the platform, we're trying to make sure that the overlap across coverage is not too vast. So we get the diversification benefits of every PM. So the PMs are becoming additive. But when there is overlap, we want the PMs to challenge each other to making sure that we're not missing anything. This platform is quite complex to run. We have 22 PMs on a platform. We have probably 40 to 50 people working under us. To keep in control of the risk management of this product, we need to use technology. And we now lever that capability by being part of the man brand and utilize what AHL within the man group have done for years, using technology to get an edge in trading systemic like CTA products. The platform, as I mentioned, is a buildup of many PMs, predominantly sector specialists. But some of them are also what I call generalists. It could be an edge in trading mid-cap. It could be an edge in trading a general market. So we have a UK generalist. We have a mid-cap generalist. But in general, the PMs are structured across sectors. It's much easier if you want to run a fundamental analysis to get an edge in analyzing stocks along the lines of the same sectors. The risk drivers or the return drivers for a stock in financial space is very different from the return drivers of a mining company. So for a person to have the skill set across all sectors is very hard. The analysis is classical bottom-up. We're trying to encourage everyone to build a model for every company that we have a stock in, that's making sure that we always stay on top of the companies that we invest in, making sure that we continuously are positioned correctly in relation to sentiment, but also in terms of fundamental. But clearly, macro factors influence the decision of how the PMs work. So the two combine forms the view of the PM. So a little bit of explanation of what this slide is trying to show. The blue line here, called total, is not the return of the strategy. This is, by the way, the return of the usage products that we have. But what it's trying to explain is really to convey to the investor as well as to us what what is really the edge of the platform. So what we have here is basically the performance, realized performance, of the stock selection decisions as well as the bias that you generate by investing in equities. So this comes back to the very different decision that we might have a tilt in country, sectors, value, momentum, growth, etc. So the blue line is just an amalgamation of all these components and are not including costs or fees or anything. So it's just including everything. But what it does show is that the gray line here is the performance of our stock selection decisions. So we want to generate alpha. We want to generate the return of being right in positioning to being long the company that we think are going to outperform and short the company that we think relatively going to underperform. Not taking a view on the other factors. Now, if you look at this, the gray line have a shop of three over a three-year period. It's impossible to monetize this completely. But of course, the aim of our business would be, or we should try to monetize as much as possible on the gray line. But what I call the biases are the return associated with what I call the implicit bets of those stock decisions, i.e. country risk, sector risk, style risk, market risk, etc. And what you can see here is that as a business, we have failed to deliver on those. And it doesn't surprise me, from experience, I worked with a different firm doing exactly the same analysis and coming to the same conclusion. Now, what's surprising, and I think this sort of comes back to the comment of the evolution of the strategy, historically, ELS was pretty bad at positioning itself risk-wise to the gray line. So we can see that the edge was just picking stocks. And we do this, by the way, over roughly 1,000 stocks. This is a classical example of low or large numbers. You monetize your edge by diversification. So if we're right, 51%, 52% of the time, we monetize that by having many, many bets. But historically, we were very poor in, or less equipped, I should say, to monetize the gray line. We didn't have the visibility or the transparency of the type of risk we took. As soon as we started to sort of provide ourselves with that risk transparency, we started sort of Q3 last year to really making sure that the risk budget was aligned with our edge. We were good at picking stocks. We were very poor at taking the implicit bias in our stock-specific bets, i.e. the tilts to market, sectors, styles, and industries. And as you can see on the left-hand side, the risk budget was fairly poorly defined. We had less than 50% of our risk allocated to the stock selection decision. We have hence embraced a new sort of stage in the evolution of the strategy by making sure that we deliver a high level of specific risk. The only optimal way of monetizing that sort of low or large numbers, because low or large numbers works much better in the context of independent bets. And when we are investing in this specific space, we are approaching more independent bets. Bets are much more correlated when we take systemic risk than if we take idiosyncratic risk. We sort of now look back 14 months, we've given ourselves sort of a sufficient time we feel to really evaluate this decision. I mean, in theory, you can look at the gray line and look at the history of the stock selection alpha, that that would or should expect to work. What is not given at any given point in time is that we're actually going to be good at picking stock in the next window. That's always a bet we take every day by assuming that we have the right number of PMs on the platform. But if we do the evaluation of that decision, you can see that we did generate reasonably good returns. So if we look from the 1st of August when we launched the, or 1st of August 2011 when we launched the usage product, we have generated a 6% gross return to a vol of 4.6, which is a realized sharp of 1.3. Not incredible, but not disastrous. But if we now look at a window where the risk budget is much more aligned to our skill, we can see a material improvement in the sense that we not only are returning a much higher alpha, we're generating now an annualized gross return of 11%, but also with a realized volatility of 3.2%. So the realized sharp over this period had been 3.5. Now, I'm the first to admit that I don't expect us to be able to continue to deliver a 3.4 sharp. If we can, I'm very happy, but to set expectation, that's not realistic to assume. But I think it's more realistic that we can approach something on the order of a sharp of 2. The interesting thing here is that the losses that we made in the past, or the drawdowns that we had in the past, were traditionally coming from our factor tilts. So although they long-term generated zero return, they were actually contributing material to our drawdowns, and any investor are very uncomfortable having large, rapid drawdowns. So we think we are in a much better position of harvesting the alpha, but at the same time also reducing our drawdowns, because we don't want to take that bias.